Ja, hallo Leute, willkommen zum 69. Part von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest. Wir sind hier stehen geblieben, ja, vor diesem Lichtdingens, denn es hat sich dieses, diese Barriere da geöffnet. Und jetzt können wir in Ghanons Hauptturm gehen, denn das war ja nur seine Mission Gammeldingens. Im Turm nenne ich den Part. What a... Ich wette, ich muss sich alle Gegner oder so besiegen. Bei... bei Master Quest weiß man nie. Och man, warum trifft der nicht? Und? Give me hearts. Ich kille mal sicherheitshalber alle. Und der erste Boss oder Krugkämpfer. Alter! Von hinten, genau! Genau! Yes! Diddle-do-do-do-do! So, so, so! Next mission mission, 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 mission. Oh. Oh, ey, Mann! Du schäßliches Kind, lach nicht so. Komm, mach keinen Scheiß! Yes! Von hinten. Komm, komm. Dun-dududala-dun. Komm, 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 komm! Yes! � damn 81 イ die Lütte der Lütte der Lütte der Lütte der Lütte der Lütte der Döden Bosch gehalten Julio und Höhe und Höhe und immer und immer höher und höher und immer höher oh mein Gott Amok Krieger den Töten als erstes den Weißen oder den Schwarzen okay damit niemand denkt ich bin rassistisch oder so die Schul ging gar nicht so jetzt ist der Schwarze dran in your face oh das ist hart oh komm schon alter jetzt g mir herrschen der Lüden So, aber Ganon ist noch nicht da. Oder ich... Ist ja irgendwas Gutes. Okay. Wow, Rupees. Brauche ich auch jetzt echt für Ganondorf. Ganondorf. Alter, bin ich schon bei ihm, oder was? Okay, ähm... Oh, wir sind schon da. Aber ich gehe da noch nicht rein, denn ich will mir erstmal neue Feen holen. Weil das mir ein bisschen zu riskant. Ja, halt fest. In your face. Ho, ho. So. So, so, so. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Oh, eyp. Direkt ins Loch. Das soll mal einer nachmachen. Komm schon. Hopps. Dö, 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 da. Hopps. Da, 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 da. Und weiter geht's. Ähm, warte mal. Wartet, 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 wartet. So, ähm, zack. Ich glaube, ich sollte mir noch Bomben. Nee, Bomben auch gar nicht. Für Ganon, für Ganon. Für Ganon. Für Ganon. Gänen. Da, 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 da. Aber wenn, ich, ich will jetzt noch nicht Ganon-Dorf töten. Ich will den in einen extra, so, so speziellen, ähm, extra speziellen Part, äh, also in einem Part töten. Ein extra speziellen. Nicht speziell, wie heißt das Wort? Ein extra Part oder so, keine Ahnung. Komm schon. Ja, hier. Hab ich euch mal gezeigt. Ich zeig euch jetzt mal, was da man ist. Hau! 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 Die Fresse, Mann! Yes! Und jetzt erscheint eine Truhe. Genau. Neben Link. Und mit 200 Rupees. Nee. Oh, nur 50. Ich kann euch mal was Lustiges zeigen. Lol. Link, der Unentschlossene. Weiß nicht, was er nehmen soll. Wie geht das nochmal? Wie geht das nochmal? Mann, wie geht das nochmal? Mann, wie geht das nochmal? Jo, dann gehen wir mal. Prozent Prozent bis in Zeitschinten die Leute denn das ist eigentlich hier drin und schneller nach vorne gehen verdammt cc was wollte mir verkaufen k k ja was gibt's zu mir anliegen und nur nur das ist wirklich nicht naja wenigstens haben wir jetzt mehr dick Kunde die 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 guck mal hier das ist lustig ah und Hopps und lexler ex-hyperlex dann gehen wir mal dahin warte mal waren hier nicht schooltulas hier waren es kultur ist das weißt du ganz genau so damit da oben da 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 yippee more rupees for den um linky boy im da ist viel Zeit dass wir mal wieder aufbrechen um dr dr mit seinem im fetten bigs link man schreitet zu tat dr 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 yo 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 wo meet in ko link lau auf her 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 m in zwei Garnons Kostel auf jeden Fall kommt man mit den Schuhen schneller vorwärts weil die noch extra dich nach vorne rutschen praktisch aber auch voll die vielen Nachteile ausgewiesen um scheiß Fledermäuse Batman Mädchen so 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 auf geht's auf geht's auf G die Musik wird immer lauter ich weiß nicht ob ihr die hören könnt wahrscheinlich nicht so so das ist der Tunnel der Wahrheit oder der Gang der Wahrheit nein, das ist nicht aber das ist die Tür auf Darkness denn da ist Gannendorf drin aber das seht ihr jetzt im nächsten Part Part 70, glaube ich okay, 70 Parts mal gucken, wie lange ich brauch, um den zu besiegen seid gespannt also dann, bis dann